Ecke stehen bleibt doch irgendwo stehen dann boxen wir uns nicht gegenseitig Black und ich sind unbesiegbar aber ihr nicht Ich bin auch relativ unbesiegbar wenn ich reggen würde Ihr seht ja die Partikel die hier rumfliegen und daraus kommt er nicht raus Black bleibt doch da stehen wo du bist Black hinter dir Ja was soll er machen ich bin unbesiegbar Ja was soll er machen ich bin unbesiegbar Ja aber du hättest ihn schlagen können Weiß nicht ob das ne Idee ist Boah der ist irgendwie ein bisschen nervig grad Warum ist die Musik weg? Bei mir kommt immer noch diese Fahrstuhlmusik vom ARD Stream Alter ich verliere doch Herzen in Black du auch? Ja klar man Reaser 4 geht durch die Rüstung deswegen Und das war Reaser 4 und das ist dann äh Bisschen eben ok Einfach jetzt ja Ja schlag mich doch Black dann Oh nächste Stufe jetzt kommen Mops Jetzt kommen Mops Jetzt kackt er erstmal Mops aus Boah Ey du Arsch hör doch mal auf In meine Richtung zu schießt Ich hab auf Ich hab dir noch mehr Herzen sonst Ich will sag kein Problem haben Oh Black geh doch mal hier weg Oh Sonst treff ich dich an dauer Hä Black und ich sind unbesiegbar Ja ist mir doch egal Sonst kann nix passieren Solange die Rüstung noch heil ist Und brennen Brennen kann die Rüstung irgendwie auch nicht ab Jaja das ist bei allen Rüstungen so Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja die Sache ist Ihr braucht hier nicht immer zu mir hinrennen Weil ich die auch so treffe Oh Rüsterkrab Oh da nicht Ich brenne schon wieder alter Blacker auf mich zu schlagen Ich sterb gleich Galen of the Gaia Können wir mal Ich bin tot Oh WTF Oh du bist doch Idiot alter Was auf dem Dreck Oh Ernsthaft Ich hab's dir doch gesagt Hör auf damit Ihr müsst aufpassen auf diese komischen Viecher die rumfliegen ja Oh WTF du bist zu behindert ne Ja Gut Ich hab den getötet und Zettus kriegt den Erfolg Ich hab ihn getötet Ich hab ihn mit meinen Strahlen noch getroffen Hä warum werde ich jetzt immer zurück teleportiert alter was Was ist das denn jetzt für ein Kack WTF man wegen Alter Schmeiß dich da hier runter Ich hab dich also getötet Ja weil du mit deiner scheiß Kanone rumgeboxt hast Ich möchte jetzt nicht sagen aber du bist unverwundbar Nein Achso nicht Wenn ich brenne und dann aufm Boden falle dann bin ich nicht mehr unverwundbar Deswegen hat Ich hab Black mit dem Ding komplett ins Gesicht geschossen Nein aber Feuer und Wizard kann das nicht abholen wenn ich aufm Boden falle und ein halbes Herz hab Ich hab mich auch gerade gefragt wieso wir mit einmal zu viert waren Gute Frage Eigentlich wollten wir das allein zu zweit machen oder Achso Ja aber Black hat rumgeheult die ganze Zeit Ja und ist vielleicht auch noch da Bin die ganze Zeit schon hier Ok Noch einmal Doch ein Dochmaaay Wer dafür dass jeder denn eins eigenen bekommt ja als wenn als wenn oder Adrian? Ja? Weißt du was ich für den Sound gerade gefunden habe? Was war denn dein Stuhlsound? Ich hab in dem Studio den Sound gefunden von diesem DJ Snake da weißt du dieses Weißt du was das Lied ich meine? Nein Hier dieses Turn Down Forward weißt du Ja Wolle mach ich nochmal Normalerweise funktioniert das auch mit dem was ich hier vorher stehen hatte Hey Du hast es nicht Nein überhaupt nicht Nein ich hab dich nicht geschlagen Ja ich platzieren und du rennst direkt dazwischen Ich wollte ausnahmsweise mal nicht im Weg stehen Ich werde auf jeden Fall machen dass ich mir so einen Raum dafür machen werde Ja los gib Gummi Ja gib Gummi Ja gib Gummi Ja weg Wolle weg Dead Wars Ja warte ich noch 15 16 Ja 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 Und weg! Dann jetzt jeden Mana-Bären. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Bleib mal da stehen. Hat jemand zufällig noch was zu essen für mich? Schmeiß ihn zu mit Bärensaft! 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 Die Waffe ist doch im Kindergarten. Ich? Quatsch. Das durch entgegenkicken, das nervt dadurch. Ja, ich find das voll dumm, dass er dadurch keinen Schaden bekommt. Und los geht's! Ja, was für ne Musik dazu vor allem. Wo ist er? Hey du Dreckskel, wo bist du? In der Wand meist. Ah! In mir! Na, Schaden genommen. Er ist oben. Wird schon wieder kommen. Ja, der kommt auch schon wieder runter. Warum? Warum schweb ich nach oben? Wer nach oben ist, der kommt auf jeden Fall wieder runter. Hinten irgendwelche Capacitor Banks oder so, wo man auch's aufladen kann? Ja, ja, hinten bei der Turbine. Da hinten steht noch die Computer, ne? Au! Dann gehst du einfach dem Kabel entlang. Die komischen fliegenden Fischer achten noch. Die müssen nämlich auch kaputt gemacht werden. Wo ist er? Da. Wo ist die Tabine überhaupt? Hinten beim M.E. Die Musik geht eigentlich, hab ich die voll leise gestellt. Vor allem, wodurch kommt die Musik? Ja, am Ort oder so. Nein, nein, das ist ne, ähm... Jutebox. Ja, Jutebox, genau. Na, hab ich mir... Das meinte ich nämlich eben. Am M.E. Systeme... Hey, weißt du nicht, wo die Turbine steht? Nee, eigentlich nicht. Fliegt ein Blatt. Du weißt doch, wo dieser riesengroße, lenkliche Platz am M.E. ist. Danke. Wie kommst du dran an, wenn ich den treffe gleich? Ah, jetzt kommen die Mops. Wupsi. Aber die Mops, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Ja, weil ich das mir noch gar nicht angeguckt hab damit, wirklich. Wenn du noch nichts Feuer drauf hast oder keinen Wizard ist, ist das kein Problem. Ah, hier. Glaub ich hab Feuer drauf, bin mir auch wirklich sicher. Nee. Hallo? Nee. Mein Hut! Mein Huuut! Oh, ein Wizard-Cop. Boah, diese Musik, ne? Witz, 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 witz! Haben sie eigentlich runtergeschissen? Aber das ist schon recht geil, dass viele Mods auf Bosse beißen. Können wir langsamer wieder. Ja. Mit der Fall, der ist so hier die Gegenbox hinter dir. Boom. Ich glaub er hat die Schaltplatte davon gedroppt, oder? Ja. Hat er? Ja, die Schaltplatte hab ich. Ja. Das Ding hab ich dir dahin geworfen da. Ui. Ja. So, BlackBatWurst. Das ist die Schaltplatte. Jetzt können wir die Musik immer hören. Ja. Mach mal an. Ich hab keinen... Nein hab ich nicht. Entschuldigung in die Jukebox. Ja, warte, ich komm da... Wo geht das... Wo geht das Portal in, Zendos? Das geht... Das? Ah, da draußen, ja. Du hättest auch durch das andere Portal in die Portal-Welt gehen können, wo wir überhaupt rausgehen können. Woll ich nicht. Jukebox. Ja, warte, ich komm da hinten hin. Boom. Boah. Hab den Gottes-Item-Naggie beim ersten Mal bekommen? Was? Ein Gottes-Item. Gottes-Item. Ich wollte mir grad ne Resident Jukebox machen. Kannst du nicht die Gottes-Item? Nee, dafür brauchst du den, äh, musst du den größeren. Den größeren Guardian? Äh, den zweiten Guardian. Okay. Warte, Flash, wo bist du? Ich hab Jukebox. Ah, du hast hier alles zugekleist im Kabel. Wie funktioniert der zweite? Äh, du brauchst, äh, warte, was für ihn? Wie lange hast du da grad draufgehauen? Heras-Deal. Da brauchst du ein Gaia-Engel-Spiel. Welch schlag mich mal bitte? Gaia-Engel? Ja. Mit deiner Waffe. Weiter. Ähm. Soll ich einmal Bazooka? Ja, mach mal bitte. Flash, geh mal um. Ich bin die ganzen Engel, bitte. Easy, umsiebbar. Nochmal. Und diesmal bin ich sogar super schnell. Gaia-Spirit-Engel. Den könnte ich sogar herstellen. Yeah. Musik. Ich hab GEMA-frei. Weiß ich nicht. Ja, das ist das Problem jetzt. Ist das denn jetzt GEMA-frei oder nicht? Du musst dich einfach rausschneiden. Ich weiß noch, am Anfang der Aufnahme-Szene, äh, Aufnahme-Session, wird hier erst so, du willst mich töten? Ja, wir wollen uns töten. Hallo, unbesiegbar. Ja. Flash? Hä? Den Großen? Ja, Mann. Scheiße. Hoho. Ich will komm den Großen machen. Großen, Großen, Großen. WTF ist ja gleich weggegangen. Ja komm, lass den Großen machen. Loot, loot, loot. Ich kann auch nicht hier weggegangen. Und, ja, auf, wozu? Vielen Dank.